hallo und willkommen zu einer neuen folge fortnite mit mir den hero crafter ak max heute nicht wie heißt das gehen wir gucken nach sie heißt arktis adelina genau hallo leute und das ist meine freundin a.k.a freundin freundin a.k.a. fluffy sie ist auch wieder dabei leute ich hoffe euch geht's gut mir geht's auf jeden fall gut ihr geht's auch gut weil da wo ihr die folge seht sehen wir uns gerade weil wir haben jahrestag so kann man sagen habe ich in der letzten folge schon angesprochen und jetzt treffen wir uns wieder und genießen die zeit also quasi wo ihr die folge seht ist am gleichen tag wie wir die andere aufgenommen haben bloß dass ich den paar stunden unterschied ist kann man schon sagen ja deswegen habe ich den skin hier schon bin 182 und habe 300 wie bugs weil ich ja dieses paket mir geholt hat dieses lumiflopper plaket und jetzt werden wir rasieren leute also lasst liebe da weil jahrestag und so und cool 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 darauf erst mal ein bus nehme ich mit und wenn die leute das video sehen ist am nächsten tag weihnachten das stimmt am nächsten tag ist weihnachten leute die hero nachten sind da es werden wieder zwei videos kommen einmal das 15 uhr video ihr wisst das geschenk ist okay aber wahrscheinlich wieder ein special video wie letztes jahr zu hero nachten hatten wir letztes jahr gemacht machen wir dieses jahr wahrscheinlich auch wieder wenn nicht nicht aber ich denke mal schon zur höchstwahrscheinlichkeit deswegen leute ich hoffe ihr seid genauso halb wie ich und wir werden jetzt vom bus immer noch nicht abgeholt wenn meine freundin bereit macht sie müssen in der runde wieder bis der bus mich abgeholt hat und wenn ihr nächste woche montag kein video von mir seht hat mich der bus nicht abgeholt ihr wisst bescheid in dem sinne sehen wir uns das gleich im video wieder leute weil jetzt kommt noch eine kleine werbeunterbrechung leute oh mein gott leute ihr könnt einfach bei instant gaming einen gaming pc gewinnen für insgesamt 2000 euro leute geht einfach über den link in der video beschreibung und dann geht ihr hier drauf ihr habt noch acht tage stunden zeit insgesamt wenn ihr das seht habt ihr noch weniger zeit ich glaube immer noch acht tage aber dann macht ihr einfach hier macht eurem account blablabla das wisst ihr alle schon dann tut ihr das hier alles machen und dann geht ihr auf hier unten steht dann teilnehmen dann könnt ihr seid ihr hier teilgenommen ich habe zum beispiel auch schon teilgenommen leute also macht das einfach mal ist cool holt euch den gaming pc leute da sind wir wieder leute wir landen wieder bei der citadelle ihr wisst es ja es gibt keinen anderen weg für uns ich habe mir dieses paketband als kondensstreifen für diesen skin genommen es sieht hat es ergänzt sich einfach ultra nice damit ich finde den skin eigentlich ganz nice dafür dass es mädchen skin ist ich mag generell die mädchen skins haben es irgendwie mehr flair als die jung skins finde ich hier generell deswegen nehme ich mehr mädchen skins keine ahnung warum und diesen hängler halt ich finde den ultra nice denn nur skinnaggler achso ich habe meine freundin als rückenteil wieder genommen obwohl sie nicht hinater ist momentan ja schämen sollst du dich schade habe ich kein fluffy mode das wäre halt noch nice ich bin eigentlich immer an derselben stelle leute ne also könnt ihr eigentlich jede folge gucken und ihr würdet sehen dass ich an dieser stelle diese folge immer hier bin ich bin jetzt mal woanders nicht direkt an weihnachtsbaum weil ich ja direkt gefühlt sterbe da war jemand bitte nicht ich habe den hammer jetzt kannst du kommen du arschloch sorry kein benehmen die erziehung fehlt ihm oh gott ja pech und schreckt oh gott ich habe immer noch dicker jetzt geht der ritter auf mich anstatt auf den anderen gegner komm einfach zu mir da bist du sicher ich habe einen hammer für uns beide super gefreut mich ich habe den anderen du hast angeschossen oder oh mein gott bibi für dich danke hallo meins nein mein hammer ich würde schon drauf gehen wenn ich ehrlich bin soll ich es tun bleib hier bleib doch hier wir sind überall gegner wir sind überall gegner kommt tötet ihn oh gott er so evi tot super ich rette dich gleich du hast mich tatsächlich umgebracht ich also ich glaube es war derselbe skin einfach krone ich muss hier weg bring mir den hammer mit ich kann jetzt nicht oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott mein herz flattert grad alter schwede alter schwede ruhig dich das ist nicht cool das ist überhaupt nicht cool alter hier sind oh noch welche ich weine du arschloch drei leute beobachten dich alter schwede ich bin gerade richtig neben der spur ne ich versuche mein bestes ich sehe die leute da ich sehe da jemanden der kämpft gegen wolf aber irgendwie verliert er das ist jetzt da oben leute auf dem haus ne der wolf gewinnt oder ist das ein schwein ne wolf der schafft das ich gehe den mal kurz ausknocken ja den kann man irgendwie gegen wolf oder hallo hallo hier ist ein hammer by the way bin ich super hallo hab ihn ich finde das richtig nice will ich nicht gegen den wolf doch echt ich habe was für dich ich habe ein schild dran gekauft ja das ist besser trink das oh nein hallo da sind zwei kleine sie wollte die schildtränke nicht trinken die ich gepflückt habe durch meine großen starken hände warte kurz bitte schön so das war richtig sinnlos aber ich habe es gemacht willst du die krone haben nein ich habe die extra aufgehoben für dich ich brauche keine krone krone du brauchst ne krone nein warum nicht ich brauche die nicht aber da kannst du sagen ich habe die kronenart ok let's go abhauen ach so die saum kommt wo gehst du denn ich habe einfach nur die kiste aufgemacht ich komme das problem ist die skin haben wir jetzt zu viele weil es winterfest ist deswegen bockt es halt irgendwo auch nicht hin zu spielen weil es halt jede sau spielt deswegen leute kauft euch skins oh motorrad tschüss tschüss stück rein hast du gesehen wie gut das war das war super das war profi das ist immer so unpraktisch ähm guck mal ich mache punkte komm eine million noch bevor dein bodo kommt komm ja ähm ja eine million punkte ich habe eine million punkte geschafft super freut mich die hängen hier ein bisschen fest habe ich das Gefühl ein bisschen da ist jemand da sind zwei da sind zwei ich hole den über mir ja ich bin tot natürlich du schaffst das ok leute ich hoffe euch hat die folge gefallen lasst gern like da abonniert wenn es nicht getan hat aktiviert die glocke sie keines viel verpasst schon die beschränkt da ist alles verlinkt haut drin bis dann und tschau Leute tschau Bis zum nächsten Mal.